hi hi ja dieses live das liegt mir schon seit montagabend auf der zunge und zwar haben wir in unserem geld mastermind wieder so eine grandiose erkenntnis gehabt und die möchte ich unbedingt mit euch teilen weil ja viele von euch sind wahrscheinlich auch noch nach der suche ihrer wahren leidenschaft und ihre wahre passion und irgendwie spüren wir alle auch wow da da ist was in mir aber wir sind vielfach noch trotz vieler arbeit so was von verkrustet mit alten überzeugungen glaubensmustern geschichten aus unserer vergangenheit bis ganz zurück zu unserer herkunftsfamilie dass wir keine aussicht bekommen was eigentlich unsere wahre passion ist weil wir uns nicht mal erlauben wirklich dorthin zu denken und wenn wir anfangen mit uns zu arbeiten und uns zu beobachten und klar zu werden was eigentlich in uns vorgeht nach was für programmen wir leben nach was für mustern wir gestrickt sind welche überzeugungen wir in diesem leben haben die wir erfüllen müssen um zu diese ganze um zu geschichte um zu wir müssen das mal um zu und wir müssen erst das haben um zu um zu die ganzen um zu glaubenssätze die schränken uns komplett ein und wir kommen nicht dorthin dass wir eigentlich sehen hey für was brennen wir eigentlich für was sind wir sowas von passioniert und da haben wir am montag ich kriege ja immer so so eingaben sozusagen im richtigen moment ist ja nicht alles meine idee und zwar diese passion unsere passion auch deine passion die ist in etwas von versteckt unter etwas versteckt die kann dort gefunden werden und zwar wenn du mal schaust wurde in deinem ganzen leben schon immer irgendwie angeeckt ist wo du immer dagegen gelaufen bist wo du immer in die ablehnung gelaufen bist wo du immer und immer wieder eine übergebraten gekriegt hast aber es trotzdem wieder versucht hast uns trotzdem wieder versucht hast und bei mir war das zum beispiel so dass ich immer wieder leute getriggert habe ich bin immer mit dem finger in die wunde bei männern insbesondere ganz früh angefangen hat es bei meiner mutter und ich habe erkannt dass ich dadurch dass ich die leute so getriggert habe und die finger den finger in die wunde gebohrt habe dass die intention dahinter war dass ich gedacht habe wenn ich das lang genug und intensiv tue dass die menschen dann aufbrechen und dass sie dann in den herz kommen und ihre ganzen fassaden und die die ganzen lügen und geschichten und stories über sich selber fallen lassen und dann ihr herz öffnen können und dann mir in diesem fall natürlich irgendwie liebevoll offen und unterstützend begegnen und meine strategie war funktioniert natürlich nicht aber meine strategie war immer triggern immer finger in der wunde immer bloß stellen also zum teil wirklich bösartig um den leuten wirklich den kopf rein zu drücken und zu sagen hey das leben ist doch anders das muss doch nicht so sein es kann doch frei sein es kann doch schön sein habe ich natürlich auf diese art und weise nicht aus den leuten raus kitzeln können aber ich sag's euch ich war absolut passioniert passioniert das beste aus den leuten rauszuholen natürlich irgendwo aus einer tiefen überzeugung heraus dass das leben noch schön sein muss für alle und auch für mich und auch für meine mutter und auch für die männer die ich dann entsprechend angezogen habe oder die dann mit mir resoniert haben die auf der gleichen wellenlänge waren wie ich und irgendwie nicht aus sich raus konnten ihre wahres sein nicht leben konnten und ich dachte halt wenn ich die anderen fixe dann fixe es mich aber blödsinn heute wissen wir natürlich wir bringen uns erst selber in ordnung und wir sind erst selber diese person und leben erst selber dieses leben was wir in andere sehen können oder in andere rein projizieren können ja und da waren ganz schön viele beschissene erfahrungen versteckt die natürlich daher rührten dass es keiner gern hat wenn seine schattenseiten aufgedeckt werden wenn man auf die schattenseiten ein spiegel gehalten bekommt da macht man sich nicht wirklich freunde auf diese art und weise und ja aber es hat mich lange jahre nicht davon abgehalten diese passion zu leben das war wirklich so eine programmierung gewesen und natürlich eine fehlprogrammierung aber was wollte ich erreichen das ist die frage dahinter was wollte ich erreichen ein leben wo die menschen ihre potenziale leben wo sie wissen was alles möglich ist wo wo mit schönheit mit liebe mit freude mit dankbarkeit mit leichtigkeit gefüllt ist das habe ich mir immer gewünscht so leben aus einer familie kommend wo das natürlich nicht der standard war aber das hat mich so angetrieben weil ich quasi den ruf meiner seele gehört habe oder irgendwo immer wieder gespürt habe mensch das muss doch für mich auch da sein mensch das gibt es doch wo ist denn das und ich dachte ich muss es aus den anderen rausholen damit es für mich da ist und für mich zur verfügung steht so das ist meine passion das tue ich heute das liebe ich zu tun ich liebe die potenziale menschen zu sehen ich liebe menschen zu bekräftigen in ihnen ihre großartigkeit zu zeigen auf eine andere art und weise auf eine art und weise die funktioniert aber es die passion die hatte ich immer schon und da zu sehen okay meine passion oder auch deine passion die ist darin versteckt wo du permanent angeeckt ist wo wirklich schmerz dahinter war wo enttäuschungen enttäuschungen dahinter war wenn du weiter gräbst und weiter dahinter guckst dann findest du dort deine passion und diese passion ist nämlich richtig die ist gut die war einfach du hattest einfach keine instrumente du hattest keine ahnung aber das was du haben wolltest und das was du erreichen wolltest mit dem wofür du gebrannt bist und wo du dich eingesetzt hast wo du in kauf genommen hast dass du abgelehnt wirst wo du in kauf genommen hast dass du nicht everybody's darling ist wo du dich sowas von reingelegt hast reingehängt hast das ist wahre passion das ist das wofür du brennst und wenn du das jetzt in ein positives licht rückst dann sieht es alles schon ganz anders aus dann ist es nämlich nicht so dass du fehl am platz warst oder dass du daneben warst oder dass deine passion daneben war sondern einzig und allein die art und weise wie du deine passion versucht hast zu leben weil du nicht besser wusstest wie sie zu leben ist das hat dazu geführt dass du angeeckt bist das hat dazu geführt dass du diese passion nicht weiterleben konntest und geh dorthin schauen geh wirklich in diese sachen wo du so enttäuscht bist die du ganz ganz tief vergraben hast wo du sagst das geht nicht das ist nichts und da habe ich ganz ganz schlechte erfahrungen gemacht trau dich dorthin zu gehen noch mal traut es von einer anderen perspektive anzuschauen und stell dir die frage warum habe ich das gemacht warum habe ich mich da so aufgeeifert warum habe ich mich da so hingegeben was steckt denn dahinter was wollte ich wirklich erreichen und das was du da raus findest das ist das wofür du passioniert bist was wofür du brennst und was wirklich deine leidenschaft ist und du hast es dir madig machen lassen oder es ist der madig gemacht worden durch die reaktionen die natürlich nicht auf deine passion reagiert haben und das was du wirklich wolltest sondern die reaktionen über du bekommen hast die waren natürlich auf diesen mangel auf auf diese auf diesen falschen fokus auf dieses fixen wollen etwas in ordnung bringen zu wollen und deswegen hast du diese ablehnenden reaktionen bekommen aber wenn du das jetzt weiß dann kannst du noch mal dahin schauen und kannst deine passion ausgraben und kannst dir ein bisschen ehrlich zu dir sein und sagen ja was will ich denn wirklich und dann ist es meistens so dass dann sowas ganz kleines kommt ja das würde ich vielleicht schon gerne machen das ist aber aus der perspektive heraus was du dir vorstellen kannst in einem bekannten aber wenn du dann noch weiter gehst ja denk noch ein bisschen größer denk noch ein bisschen größer wenn du dann noch ein bisschen größer denkst dann erkennst du dass du mehr möchtest und dass du noch mehr möchtest und dass du dass du so groß denkst bis sich das stimmig und füllig und weich und angenehm für dich anfühlt und dann bist du dort angekommen und auch wenn du nicht weißt wie du dorthin kommen möchtest wo du deine passion lebst und wie du sie auslebt das ist völlig egal hauptsache du weißt mal wie wie viel potenzial in dir steckt hauptsache du weißt mal wie großartig das ist dass du weiter deine passion verfolgen darfst und wenn du wenn du da mal hinschaust dann öffnet sich in dir deine blume an potenzial und diese schmerzen dürfen auch weg gehen die dich so zurückgehalten haben die dich so eingesperrt haben all diese begründungen oder ängste die da waren die das nicht erlaubt haben in dein volles potenzial rein zu gehen weil du halt diese erlebnisse hat ist die nicht positiv waren nimm einen neuen anlauf gehen noch mal dahin schauen grabe es aus deinen passionen und sei ganz ganz sicher dass du alles potenzial alles talent dazu schon jetzt hast und nur noch eins fehlt und zwar dass du dir die erlaubnis gibst dieses potenzial zu leben und das ist mega cool und ich werde jetzt öfter noch ist alles auf dem kopf hallo hallo susanne jetzt öfter noch live gehen die woche weil es passiert vieles kommt so viel ins laufen es ist auch die zeit dafür die energien sind gut aber die energien sind auch nur so gut wie wir was wir daraus machen und ja ich möchte euch diese anstoß stöße viele anstöße geben ja genau und vielleicht fühlt ihr euch dann auch inspiriert mal das neue programm anzuschauen das eben in der gruppe stattfindet weil diese gruppen energie ist so was von unglaublich wunderbar wenn wir sie zulassen wir haben sie in unserem jetzigen leben ein bisschen außen vor gelassen weil wir ja in einem modus laufen gelaufen sind wo wir denken wir müssen uns schützen vor anderen und andere können uns gefährlich werden je mehr wir aber in unser herz kommen und zu herzens menschen werden desto mehr wissen wir dass wir unantastbar sind von dem niedrigen schlechten bösen weil wir ja in der herzenergie einfach darüber hinweg rauschen und dann uns begeistern können und eben unsere passion leben dürfen und mit anderen zusammen das teilen und gemeinsam noch mehr passion noch mehr schönheit noch mehr begeisterung noch mehr positivismus hallo carola in unser leben bringen und wenn wir diese dieses gemeinsame diese diese gemeinsame kraft insbesondere von frauen untereinander wieder ausgraben und uns zu nutze machen und uns zu freude machen dann wird es ein ganz ganz anderes lebensgefühl und das ist auch für mich wunderschön weil ich mich halt auch sehr viel in männlicher energie befunden habe in der vergangenheit und mein körper auch diese weichheit vermisst hat und die ich langsam auch für mich zu leben und zu schätzen lerne was wunderschön ist und das ist dieser empfangsmodus der uns erlaubt das leben leicht zu nehmen und mit freude und das wünsche ich mir für alle weil es ist für alle da ja da komme ich jetzt mal heute zum ende und ich denke ich mache morgen aus marbella noch mal eine live für euch ich freue mich riesig weil hier draußen ihr glaubt es nicht wenn ich da raus schaue ist alles weiß der winter hat einzug gehalten hier bei mir und ich bin wirklich happy dass ich da noch mal raus darf bevor es ernstlich winter wird und ich habe gestern noch das neue programm auf meine homepage www.mywellfeeling.com gestellt mit allen infos hoffe ich soweit da könnt ihr mal gucken was da startet am ersten dezember und für alle die die schon mit mir gearbeitet haben und interesse haben kontaktiert mich ich habe mir was spezielles für euch ausgedacht adios